Hallo zusammen, seid wieder einmal gegrüßt hier bei mir bei Bleach Brave Souls, erneut auf dem Japan-Server. Wir machen nur ein kurzes und knappes Ding heute. Ich habe hier nämlich die Sorry But Challenge fertig und kriege mein gratis 5-Sterne-Ticket. Und da ich ja weiß, wie gerne ihr diese kleinen, nehmen wir es jetzt einfach mal, Unboxing, Unticketing-Pull-Videos seht, habe ich mir gedacht, kurze Knapp, Ticket abholen, Ticket einlösen, kurze Geschichte, damit wir alle glücklich sind. Kurzes Tutorial, wie wird es denn? Ach ja, das ist deine neue Challenge. Ja, das ist für mich jetzt gerade nicht so relevant. Ich denke mal, die werdet ihr so fern auch alle kennen, die sind ja recht primär, äh, primär. Die sind ja recht präsent im Spiel, die seht ihr hier, Ex-Mann-Tutorial gezeigt aus. Und deine neuen Challenge ist, neue Spieler, macht die bitte. Und mein Japan-Account ist ja nicht so groß ausgebaut. Deswegen guckt man nochmal. In letzter Zeit nicht so die krasse Glückssträhne, im Gegenteil, eigentlich relativ viel Zeug gezogen, was ich entweder schon habe oder überhaupt nicht brauche. Gucken wir doch mal, ob wir die jetzt langsam mal gebrochen kriegen. Fünf-Sterne-Ticket, here we go. Ah, Shinji, ich habe auch gerade überlegt, wer das sein sollte. Ähm, ja, nett. Tatsächlich nett. Habe ich auf meinem großen Global-Account, densofern tatsächlich auch nicht. Könnte ich sogar direkt ausfäuschen mit dem Ichigo, den ich hier habe. Ey, 4%, ich weiß gar nicht mehr, was der als Link hat. Hatte der... Ich glaube, der hatte Cooldown, also Recharge Time. Ja, nett. Habe ich, wie gesagt, tatsächlich nicht. Ich habe wieder sowas mit dem, die auch ein bisschen spielen kann, was ich so ansonsten halt noch nicht zu spielen als Optionen habe. Ähm, ja, freut mich tatsächlich. Shinji habe ich den anderen zumindest auf dem Global-Account, den finde ich jetzt eher so, mäh? Der hier sollte aber meines Erachtens nach auch ein kleines Stück besser sein. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Ja, wie gesagt, kurze, knappe Geschichte. Ihr könnt davon ausgehen, morgen wird es wahrscheinlich nochmal ein Pull-Video geben, wenn morgen kommt ja das ganze Sword-Cross-Gaha, wo ich auch wieder All-In gehen werde, in der Hoffnung, da wieder den Full-Bring wieder. Endlich mal Full-Bring Ichigo zu ziehen. Äh, drückt mir die Daumen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich auch schon wieder morgen, wie gesagt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.